Wie haben die Horcruxe und die dunkle Magie Voldemorts Aussehen und seine Person verändert? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Tom Riddle, Horcruxe, Lord Voldemort und einige Aspekte der dunklen Magie sprechen. Genauer gesagt werden wir uns auf die verheerenden Auswirkungen konzentrieren, die Horcruxe sowohl auf das Aussehen als auch auf die Seele von Tom Riddle hatten. Was hat ihn wirklich dazu gebracht, den Namen Voldemort anzunehmen? Was ist mit seiner Nase passiert? Und wie kam es dazu, dass er von menschlichen Merkmalen zu schlangenähnlichen Zügen und schließlich zu überhaupt keinen erkennbaren Merkmalen mehr überging? All das und mehr klären wir in diesem Video. Bevor wir starten, abonniere doch gerne den Kanal, lass ein Like da und schreib gerne einen Kommentar unter das Video, um den Algorithmus zu pushen. Aber ohne weitere Umschweife, lasst uns direkt mit dem Video starten. Im Halbblutprinzen erschreckt sich Harry, als er sieht, wie sich Tom Riddle, der einst gut aussah, verändert hat. Als Voldemort den Raum betritt, ist Harry vollkommen unsicher, was mit ihm geschehen ist. Harry stieß einen hastigen, unterdrückten Atemzug aus. Die Gesichtszüge, die Harry vor fast zwei Jahren aus dem großen steinernen Kessel aufsteigen sah, waren nicht mehr dieselben. Sie waren nicht so schlangenartig, die Augen noch nicht so scharlachrot, das Gesicht noch nicht maskenhaft, aber dennoch war er nicht mehr der gut aussehende junge Tom Riddle. Es schien, als wären seine Züge verbrannt und verwischt worden. Sie wirkten seltsam und verzerrt. Das Weiße seiner Augen hatte nun einen dauerhaft blutigen Ausdruck, obwohl die Pupillen noch nicht die Schlütze waren, von denen Harry wusste, dass es sie werden würden. Voldemort trug einen langen, schwarzen Umhang und sein Gesicht war so blass wie Schnee. Lasst uns einmal kurz klären, was ein Horcrux ist, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was eigentlich mit Tom Riddle passiert ist. Ein Horcrux ist grundlegend ein Gegenstand, in den eine dunkle Hexe oder ein Zauberer einen Teil seiner Seele eingeschleust hat, mit dem Ziel, uns Sterblichkeit zu erlangen. Also spaltet man seine Seele ab und versteckt einen Teil davon in einem Gegenstand außerhalb des Körpers. Selbst wenn der Körper angegriffen oder zerstört wird, kann man nicht sterben, da ein Teil der Seele nicht im Körper ist und unbeschädigt bleibt. Horcruxe gelten als eines der abscheulichsten Werke der dunklen Magie und sind das eigentliche Thema, wie sie Voldemort veränderten. Die Thematik eines Horcruxes war so tabu, dass nur sehr wenige Hexen und Zauberer selbst in der dunklen Sphäre von ihrer Existenz wussten. Diejenigen, die es wussten, waren klug genug, nicht weiter darüber zu sprechen. Nun mit einer Ausnahme von Horace Slughorn. Bücher, die der dunklen Magie gewidmet sind, wie gar böse Zauberei, weigerten sich vehement auch nur ein Wort über Horcruxe zu verlieren, was als Beweis für ihre finstere Natur gelten sollte. Über den Horcrux, die bösartigste aller magischen Erfindungen, werden wir weder sprechen noch Anweisungen geben. In der Zaubererwelt gab es tatsächlich nur ein einziges Buch, das auch nur annähernd korrekte Informationen über Horcruxe enthielt, nämlich Geheimnisse der dunkelsten Kunst, das in Dumbledores Büro verborgen war. Das in verblichenes schwarzes Leder mit violetten Akzenten gebundene Buch enthielt präzise Anweisungen, wie man Horcruxe herstellt, wie man sie zerstört und wie die Erschaffung eines Horcruxes sich auf einen selbst auswirken kann. Das Buch beschränkte sich jedoch darauf, die Konsequenzen der Erschaffung eines Horcruxes zu beschreiben und in dieser Hinsicht hat Voldemort die Dinge bei weitem intensiver vorangetrieben. In dieser Hinsicht waren Voldemorts Leistungen und die unterschiedlichen Resultate, positive und negative, die sich aus der Erschaffung mehrerer Horcruxe ergaben, völlig beispiellos. Niemand hätte vernünftigerweise vorhersagen können, welche Auswirkungen die Erschaffung von Horcruxen auf seinen Körper und Geist haben würde, da so etwas in diesem Ausmaß noch nie zuvor geschehen war. Dies führt uns zu dem jungen und beeindruckbaren Tom Riddle, dem Waisenkind, das tragischerweise niemals eine faire Chance erhalten hatte. Im Halbblutprinzen werden wir ins Jahr 1938 zurückversetzt, wo wir einen viel jüngeren, energischeren Dumbledore sehen. Dieser besucht ein Waisenhaus und trifft auf einen verstörenden Jungen, der allein in der Ecke eines Raumes sitzt. Trotz seines unbehaglichen Gesichtsausdrucks, hinter dem zweifellos eine Vielzahl von Emotionen verborgen sind, sieht er aus wie jeder andere kleine Junge und hätte gut zu den anderen Waisenkindern gepasst. Zumindest wäre das der erste Eindruck gewesen, aber wenn man länger in seiner Nähe geblieben wäre, hätte man mit eigenen Augen gesehen, dass der junge Tom Riddle nicht wie die anderen Kinder war. Und dabei meine ich nicht nur die Tatsache, dass er magisch begabt war. Der kleine Tom fand tatsächlich Freude daran, die anderen Waisenkinder zu quälen. Er erwies sich als äußerst feindseliger Junge, der verschiedene Gefühle und inneren Aufruhr verarbeitete und vor der Welt verbarg. Selbst verstand Tom nicht, was mit ihm los war, aber er war sich immer bewusst, dass er anders war und er wusste, dass er in der Welt einen Eindruck hinterlassen musste. Nach seiner Vorstellung bei Dumbledore wird er in die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei eingeladen, wo er schnell zu einem begabten Zauberer mit einer Leidenschaft für Wissen wird, angetrieben vom Streben nach Macht. Nachdem er einige Zeit in Hogwarts verbracht hatte, freundete sich der junge Tom Riddle schließlich mit Professor Horace Slughorn an, der zu dieser Zeit sein Lehrer für Zaubertränke war. Slughorn hatte die Neigung, bestimmte Schüler zu bevorzugen und besaß ein gutes Gespür dafür, ob jemand das Potenzial hatte, zu großem aufzusteigen. Er war normalerweise stolz auf die Leistungen seiner Schüler, zumindest in den meisten Fällen. Wenn man in Slughorns Gunst stand, teilte er einem gerne alles mit und genau dies ist wahrscheinlich der Grund, warum er, nach genau dem richtigen Maß an Manipulation und Schmeichelei von Riddle, mit entscheidenden Informationen über Horcruxe versorgt wurde. Diese Informationen über die dunkle Magie spielten eine entscheidende Rolle beim Aufstieg zur Voldemorts Macht. Dies markierte den Anfang vom Ende für Riddle, denn von diesem Zeitpunkt an hatte er alle notwendigen Informationen, um seine Seele, seinen Geist und seinen Körper zu verfluchen, alles im Streben nach Macht. Mit diesen neuen Informationen begab sich Riddle auf den Weg, Horcruxe zu erschaffen. Von diesem Moment an begann er sich sowohl physisch als auch mental zu entmenschlichen und entfernte sich immer weiter von dem Mann, der er einst war. Aufgrund seiner Horcruxe war Voldemort unfähig zu sterben. Er war durch diese Objekte an die Welt gebunden. Doch das bedeutete nicht, dass Voldemort wirklich lebendig war. Er führte ein verfluchtes Dasein. Ich glaube, dass Voldemort nun so tief ins Böse eingetaucht ist und diese wesentlichen Teile von ihm so lange abgetrennt sind, dass er nicht mehr so fühlt wie wir. Was genau bewirkt diese dunkle Magie in dir? Warum verändert sie dein Erscheinungsbild? Und was ist mit Voldemort geschehen? Nun im Wesentlichen resultierte die Veränderung in Voldemorts Aussehen aus den Handlungen, die er unternahm. Jedes Mal, wenn er jemanden tötete. Jedes Mal, wenn er einen unverzeihlichen Fluch aussprach. Und jedes Mal, wenn er einen Horcrux erschuf, zerriss er seine Seele weiter, was dazu führte, dass er weniger menschlich und mehr zu einem Monster wurde. Es waren nicht allein die Horcruxe, die Tom Riddle veränderten. Es war die Kombination von allem. Er führte ein böses Leben mit nichts als schlechten Absichten. Voldemort verwandelte sich über die Nacht in das Monster, das er wurde, zumindest nicht physisch. Es war ein allmählicher Prozess, der sich über Jahre erstreckte, während er dunkle Taten beging. Ein Beispiel dafür ist ein Moment, den Dumbledore Harry zeigt, eine Erinnerung an Voldemort, nachdem er nach zehn Jahren des Verschwindens wieder aufgetaucht war. Er kehrte nach Hogwarts zurück, um den Horcrux von Ravenclaw zu verstecken und bat Dumbledore, der gerade zum Schulleiter ernannt worden war, um die Position des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste. An diesem Punkt wird deutlich, dass sich das Aussehen von Tom Riddle drastisch verändert hatte. Nein, er hatte da noch nicht keine weißhäutige Erscheinung und nicht keine Nase, aber er war auch nicht mehr der hübsche Junge, der er einmal war. Deutlich hatte er begonnen, den dunklen Abstieg in die unnatürlichen Schrecken, die die dunkle Magie hervorrufen kann, zu erleben. Im Grunde wurde Voldemort mit jedem von ihm erschaffenen Horcrux blasser, schlangenartiger und immer weniger menschlich. Dumbledore war der Ansicht, dass einer der Hauptfaktoren für die Verschlechterung seines Aussehens der Schaden war, den er seiner Seele zugefügt hatte. Lord Voldemort schien mit den Jahren immer weniger menschlich zu werden und die Verwandlung, die er durchgemacht hatte, schien mir nur erklärbar, wenn seine Seele jenseits dessen verstümmelt wurde, was wir als das übliche Böse bezeichnen würden. Wir sehen ein perfektes Beispiel dafür im Jenseits, nach Harrys Begegnung mit Voldemort im Verbotenen Wald. Harry drehte sich langsam um die eigene Achse und seine Umgebung schien sich vor seinen Augen zu verzerren. Er hatte die Quelle der Geräusche entdeckt. Es manifestierte sich in der Form eines kleinen, nackten Wesens, das sich auf dem Boden zusammengekauert hatte. Seine Haut war rau und schien abgezogen zu sein. Es lag zitternd unter einem Sitz, verlassen und unbeachtet, außerhalb des Blickfeldes und rang nach Luft. Harry traf auf das letzte Fragment von Voldemorts Seele. Eine beschädigte, gequälte Darstellung dessen, was dunkle Magie einem Menschen antun kann. Voldemort führte ein verfluchtes Leben, in dem er routinemäßig seine eigene Seele in Stücke riss, um nach Unsterblichkeit zu streben. Diese Handlungen hatten jedoch einen hohen Preis. Das bedauernswerte, zappelnde Wesen, das sich auf dem Boden wand, repräsentierte alles, was von Voldemorts Seele übrig geblieben war. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es keinen einen Zauberspruch oder eine einzige Handlung gibt, die durchgeführt werden kann, um sein Erscheinungsbild so zu verändern, wie es Voldemort getan hat. Man muss sich ein Leben lang den dunklen Künsten und finsteren Handlungen widmen. Das ist die einzige Möglichkeit. Nur so kann man erwarten, die beispiellosen Schrecken von Lord Voldemort nachzuvollziehen. Und vor allem auch, so ein stylisches Aussehen wie er hinzubekommen. Das war jahrelange Arbeit, eine so schöne Nase zu bekommen. Und das war's mit diesem Video. Falls ich etwas vergessen haben sollte, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.